... mit dem Fliegerlied an, wieder nachnehmen, weil ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, dann noch du, dass die Haare schön, natürlich, und was hier ist dabei, und das Buntfeuerlied machen wir heute. Ich kann die Haare mehr, die hier unter der Bühne, aber ich finde die gar nicht so schlecht hier. Es ist warm, es ist nah an der Bühne, sie ist groß, und da habe ich schon andere Dinge erlebt. Ich bin ganz froh, dass ich überhaupt was habe, dass ich mich umziehen kann. Einmarsch für Tim Tobi!